Ja, irgendwie sind, glaube ich würde den Schatz jetzt auch gerne gleich mitnehmen, aber das wartet dort erstmal ein bisschen, die Glocken will ich auch durchhauen. So, weiter, 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 weiter. Okay, jetzt geht das schon mal ein bisschen schneller. Ich bin ungeduldiger, ich weiß. Und danach heißt es, diese Kerzen suchen. Freue ich mich da drauf. Und sie singen. Ach, Spyro, das ist einfach wunderbar. Der Chor singt jetzt ganz harmonisch. Hier, aus Dank schenke ich dir einen Getronnum. Ja. Und Irene, geht das jetzt auch gut? Den Dieb lasse ich Dieb sein. Gott, komm mal klar. So, ich darf mich nicht provozieren lassen. Nein, mein Kerze, du wirfst ganz ruhig. Du suchst jetzt die letzte Kerze. Und dann wirst du dich diesen komischen Typen zuletzt widmen. Wenn du auf nichts mehr aufpassen musst und nach Herzenslust und Laune von diesen Kippen fällst. Ja, das mache ich schon, mache ich schon. Okay, wo könnten noch Kerzen sein? Und wo vor allen Dingen ist der Schatz gewesen? Der war doch hier auch irgendwo. Oh, 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 oh. Das ist ja noch lang. Kann man hier irgendwo hinfliegen. Ja. Das hat mir noch geholfen. Also hier geht das im Konto. Ja. Ganz vorsichtig. Und ich frage mich gerade wieder, wo denn die restlichen Kerzen sein sollen. Vielleicht, wow, wo man jetzt auf Anhieb gar nicht weiß, wo ich denn noch hingehen soll. Also hier ist nichts. Oder hier? Nein, hier ist nichts. Das war nur ein Baumann, der mich hängen geblieben hat. Karte. Ich will eine Karte. Das ist mitunter der größte Scheiß, den man echt machen kann. Keine Kartenansicht. Obwohl ich könnte mir wahrscheinlich auch einfach mit einer besseren Orientierung hinmerken, wo ich hin könnte und wo nicht. Aber auch das, was ich mir merke, das geht irgendwie im Endeffekt nicht wieder auf. Oh, verdammt nochmal. Das ist auch. Da geht es wieder raus. Da kann man ganz bestimmt nicht drauf nehmen. Hier ist auch keine. Ja, wo soll ich denn hin? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Verdammt nochmal. Oh, hier war es gut. Da oben gab es auch nichts mehr. Und hier ist auch nichts. Was wollt ihr von mir? Ganz ehrlich. Wie soll ich denn hin? Hier ist doch nichts mehr. No comment. Nein. Mir fehlen die Worte. Ich habe mich doch provozieren lassen. Ja, jetzt kann ich es ja auch versuchen. Jetzt kann ich den die ganze Zeit Platz machen, weil jetzt sind auch meine Kärzen sowieso weg. Was? 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 Wo bin ich denn jetzt gerade runtergefallen? Was ist denn das für eine Drecksinsel gewesen? Komme ich denn da hin? Gibt's doch nicht. Aber hey. Mein Tod hat was gebracht. Ich habe das, glaube ich, letzte Ding gefunden, das mir fehlt. Komme ich da hin? Nichts, oder? No, no, no. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Immerhin. Ich weiß jetzt, wie ich hinkomme. Das ist doch schon mal cool. So, und meine Zeit ist leider auch schon wieder um. Das heißt, das wird sich dann beim nächsten Mal abgrasen. Und deswegen sage ich hier an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, dann werdet ihr dieses Video sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich drei Parts aufgenommen habe, oder ob es doch nur zwei sind. Vielleicht auch nur eine Teil. Also spätestens Dienstag werden wir hier wohl weiter machen. Ja. Also dann Leute, das war's für heute. Liebe Grüße, eure Kiyoko. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye. Bye.